Schüschüschü Leute, herzlich willkommen zu unserem neuen Minecraft Hardcore Projekt. Mit dabei ist der Henrik. Hallo. Hi Henrik. Und ja, dieses Hardcore Projekt besteht darin, dass wir auf dem Minecraft Server sind, der wohl im Hardcore Modus sind. Und wir werden so lange diesen Server spielen, bis wir alle Achievements freigeschalten haben. Und am anderen noch den Enderdrachen getötet haben. Bis das halt wirklich Hardcore ist. Weil im Hardcore Modus zu überleben ist wirklich krass, weil die Monster einfach nach der Zeit immer und immer, immer schwerer werden. Ich bin mega gespannt, wie oft wir sterben werden. Aber die Voraussetzung ist, Achievements freischalten und Enderdrache töten. Und ich würde sagen, reden wir gar nicht länger drum rum. Einfach aufjoinen, oder Henrik? Ja. Okay, drei, zwei, eins, los. Okay. Hast du schon erzählt, dass wenn einer von uns stirbt, dass alle sterben? Habe ich gesagt, ja. Ja, okay. Wo bist du? Ich bin im Wald gespahren. Ich bin auch im Wald. Wo bist du, Henrik? Ich stehe hier oben auf dem Baum. Dann gehen wir auch runter vom Baum. Wir müssen uns beeilen, Henrik. So geht es ja immer hier nie los. Ich bin bei den Koordinaten X. Da, jetzt. Jetzt haben wir uns gefunden. Erstmal, wir machen uns das erste Achievement. Drei. Inventar. Drei. Zwei. Das ist okay, Absolut. Ja. Mega geil, das habe ich gar nicht getan. So, ich würde sagen, wir bauen hier ein Haus auf. Oder da hinten am Berg. Das wichtigste ist eigentlich ein Bett, weil dann können schon mal keine Zombies in uns mehr kommen. Und ihr seht auch, die Herzen sind gar nicht normal aus hier im Spiel, sondern die sind so komisch aufgelistet. Das heißt, das heißt, dass wir im Hardcore Modus sind. Oh, oh, oh. Das ist jetzt schon mega spannend, Henrik. Ja, ja. Das sieht ja jetzt schon. Wir müssen jetzt gleich uns runter bauen und ein bisschen Stein sammeln, dass wir mal mit keinem bisschen Ausrüstung haben. Ich würde sagen, wir teilen uns so ein bisschen auf. Einer sammelt Essen. Ich habe eine Werkbank gemacht. Okay. Wollen wir uns erstmal sonst hier in der Umgebung... Da sind Schweine, komm, wir holen uns erstmal Fleisch. Äh, das ist aber... Nimm das Wied mit. Dass wir Samen bekommen. Okay, warte, ich höre schnell die Schweine. Weil Essenmangel ist hier auch wirklich krass. Nicht rennen, nicht rennen am besten. Bis wir nichts haben. Äh, wir müssen immer zusammenbleiben, weil sonst verrennen wir uns mega leid. Das ist das einzige Scheiß hier. Äh, ja. Wo bauen wir uns das Hausdecke hin? Und wir müssen doch so eine kleine Startbude machen. Ja, ich würde das fast genau an der Stelle machen, wo wir gespawned sind. Gar nicht weit weg. Ja, aber Spawn Protection ist auch da. Ich habe Apfel. Ja, ich habe nur ein Fleisch. Ah, okay. Da ist noch ein Hühnchen, warte. Das soll ich noch. Okay. Wird sie jetzt schon Nacht, oder? Das weiß... Ja, die Sonne geht unter. Das ist nicht gut. Wir haben eindeutig den... Oder geht die auf? Ich glaube, die geht unter. Das wäre nicht gut, wenn die jetzt schon untergehen würde. Da haben wir ein bisschen zu lange geplabelt. Oh ja, das wäre nicht so gut. Wo bist du? Äh, bauen wir uns in eine kleine Höhle. Da wollen wir uns einbauen. Äh, ja, warte. Oder wir suchen uns hier eine. Ja, wieso? Oder so. Boah. Hast du gerade Shader drin? Äh, ja, habe ich. Das sieht mega geil aus. Aber das Problem ist, es wird Nacht, der Trick. Es wird Nacht, es wird Nacht, es wird Nacht, es wird Nacht. Äh, ja, wollen wir uns hier eine kleine Höhle bauen? Da hinten ist ein Berg. Wo bist du? Äh, warte, Shader rausmachen, sonst ist es so dunkel. Ne, ich sehe was. Komm hoch. Bin hier oben auf dem Baum. Ach, du bist da oben auf dem Baum. Ja, warte, da hinten ist noch ein Schweine. Zwei Schweine, die hole ich... Drei Schweine, die hole ich... Äh, jetzt finde ich die nicht mehr, hey. Ja, ich... Bleib einfach da stehen, wo du warst. Okay, ich bleib einfach stehen. Das ist immer eine gute Lösung. Das ist der... Die Überlebensregel Nummer eins. Ich hab überall elf Fleisch für uns. Wo bist du? Ja, hinter dir. Da, hinter dir. Äh, wo gehen wir hin? Gehen wir mal hinten auf den großen Berg. Oder wo wollen wir hin? Oder wir bauen uns in diesen Berg rein. Und die... Oh, tschuldigung. Nein, nein, ich hab Henrik geschlagen. Scheiße, tut mir leid. Wir bauen uns in diesen Berg rein. Komm, Henrik, wir bauen uns in diesen Berg rein. Also einfach gerade reinbuddeln. Hast du schon ein bisschen was? Ne, lass hier den Eingang bauen. Okay. Dann machen wir uns auch gleich... Sollte sein. Normal schon. Ich mach nochmal schnelle Pickaxe. Ich brauch auch was, dass die mal stehen. So ein bisschen ausrüsten hier. Boah, schon wieder ein Achievement. Wieder ein Achievement? Time to make. Ich hab noch keins. Ich seh hier null Zombies. Das ist ein guter Vorteil. Eww. Gut. So, Rainer. Aber wir bräuchten auch... Das macht erst so ne... Da unten ist ein Zombie, ich seh ein. Ah, gut, dann... Oh, 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 es werden immer mehr. Es werden immer mehr, Henrik, runter da. Ich hab uns mal so ein Sicher... Also, dass sie nicht reinkommen können, ne? Ja, das ist nicht schlecht. Stopp, nicht so weit runter. Ich würde uns sagen, wir bauen uns hier erstmal so eine kleine Zwischenbase. Ja, hier ist Kohle. Ich hab Kohle, ich hab Kohle. Okay, ich hab gleich einen Ofen. Ich hab gleich einen Ofen. Ich hab gleich einen Ofen. Das ist gut, das ist gut. So, erst alles abbauen. Ich hab einen Ofen. Das ist nicht schlecht. Das Gute ist, die Zombies können nicht rein, weil ich den einge... Das ist ja, das ist mega gut. Wir müssen einfach aufpassen. Kohle rein. Ich pack Fleisch rein. Ja, hab ich. Eine Kohle nehm ich raus, damit wir damit eine Fackel machen können. Okay, ich baue mir mal eine Steinspick-Ecks. Okay, jetzt mal ein bisschen alles schnell hier. Lamsung wird's bei mir Essen, Mangelware schon. Also, ich hab noch... Wie viel Kohlen hast du? Ich hab zwei verloren. Ich hab zweieinhalb verloren. Aber, ja, ich auch. Fällt mir grad auf. Aber, wir haben 14 Fleisch da drin. Ja, das reicht für den Anfang. Aber wir müssen schauen, dass wir halt immer was haben. Da liegt schon ein Fleisch, damit du dich gleich ein bisschen vollpuppern kannst. Ah, okay, danke. So. Und ich wollte schon immer ein Minecraft Hardcore-Projekt haben einfach. Das wollte ich schon immer. Ja, das wollte ich schon immer. Seit mindestens einem halben Jahr wollte ich das machen. Aber bin einfach nie dazu gekommen, weil ich einfach keine guten Ideen dafür hatte. So. Ein Fleisch essen wir mal hier. Pockchup. Ich hab aber schon zwei Level. Ja, warte. Oh, hoffentlich kommt kein Creeper her. Das wird ein bisschen mies. Nein, warte. Ich würd sagen, ich brauch erst mir mein Schwert. Ah, ich hab noch keine... Kein... Ah. Oh, ich hör sie stöhnen. Ich hör sie jetzt schon stöhnen. Ich brauch mal hier ein bisschen ab. Brauchst du ein Schwert? Ich hab erstmal ein Holzschwert sonst. Ne, ein Holzschwert ist nicht so der Hammer. Ja, gut, warte. Ich mach den Steinschwert. Ja, ein Steinschwert ist immer besser. So. Bauen wir dann noch ein vernünftiges Haus oder kämpfen wir uns einfach durch? Äh, ja nach einer Zeit, wenn wir etwas mehr Equip haben, jetzt auch reicht diesmal. Ja, würd ich auch sagen. Aber, weil sonst wäre das halt langweilig. Also ich hab mich jetzt... Hab uns hier so ne kleine Base gebaut. Ne Base gebaut. Sieht doch ganz schnickig aus. Und ist kein Auberoho. Also ein bisschen was... Also so Kisten und so kann man schon hier unterbringen. Also wir haben uns ein Lagerhaus, unsere Mine und... Bla, bla, bla. Massive Viereckig und dann würd ich sagen... Geh mal mein... Äh, einer müsste sich ums Essen kümmern dann. Ja. Weil... Alle Schweine sind tot. Müssen wir mal schauen... Ah, da waren noch welche. Ich konnte nicht alle holen. Das ist kein Problem, kein Problem. Aber wir müssen halt schauen, dass wir ne Hohe und so bekommen. Was ist wichtig? Soll ich rausgehen? Nein. Das ist noch nicht Tag, dann gehst du... Sagen wir so nicht. Naja, ich weiß es nicht. Äh, ich geh mal. Ja, ich geh mal raus. Nein. Bobi, wir haben hier noch 10 Fleisch. Hier ist nicht, hier ist nicht, hier ist nicht. Hier ist ein Zombie. Achtung. Ich passe auf, Henrik. Ich passe schon auf. Ja. Regeneriert man hier nicht? Doch. Ich dachte, es wird schon... Wäre nicht so schnickig gewesen. Ich sammle ein bisschen Weed. Ein bisschen Samen, dass wir hier ein bisschen was haben. Okay. Also, ja, die sind durchgebrannt. Jetzt sind 12 Essenssachen, die wir noch haben. Okay. Ich baue mal den Weg weiter nach unten. Ja, mach mal jetzt. Ich hab... Ich hab... Oh, wir haben hier einen See. Ich hab eine Höhle. Nicht schlecht. Pass aber auf, da unten sind mega viel Zombie-Seiten. Ich hab Zuckerrohr. Und Lava. Hey, Henrik. Henrik. Schau mal nach oben. Schau mal nach oben. Schau mal nach oben. Ich komm zu dir runter. Mach mal den Zugang. Achtung, nicht runter vor Drizzers. Ich hab Schaden gehört. Ich komm zu dir runter, okay? Ich hab ein bisschen Kohle gefunden. Ich baue einfach das hier so ab. Ich hab Schaden gehört. Was hast du? Hast du Schaden gekriegt? Hm, eigentlich nicht, ne. Warum? Weil ich grad was mit Schaden gehört hab. Du kannst ruhig ein bisschen laut reden, weil sonst... Du wirst immer leiser, hab ich das Gefühl. Okay, ich hab irgendwas mit Schaden gehört hab. Ne, ne, ich hab keinen Schaden bekommen. Ich hab 35... Äh, Kohle. 37... Ich hab grad 10. 10. Also, da können wir auf jeden Fall genug brennen damit. Ich bin direkt über dir. Ja, ich bin... Also, ich glaub, runter bauen ist schlecht. Wenn ich mich jetzt so gerade runter bauen, dann stoße ich irgendwo auf. Das ist nicht so gut. Wir sind hier wirklich vorsichtig. Ich hab ein Schaf gefunden. Geil. Ah, genau. Wir spielen hier auf der Minecraft-Tension 1.8. Für die, die was interessiert. Ja. Wo gehst du hier raus? Zeig mir mal. Hier geht's wieder hoch sonst. Ah, okay. Das ist ja ganz cool. Hier ist ein Wasser. Ich brauch mal ein paar Fackeln. So. Ich nehm mal unseren Ofen mit weiter nach unten. Kannst du machen. Hier ist Kohle. Ich erkund dir mal ein bisschen die Höhle. Ja, sieht gut aus. Wie viel Kohle hast denn du? Ich hab... 41 Kohle. Oh, die Höhle wird immer größer, Henrik. Ja, dann... Oh, 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 oh. Das ist krass. Das muss niemand leicht machen, zu zweit. Ja, warte, warte, warte. Äh, ich will ja runter jetzt schauen. Hier ist nichts. Das ist ein Creepy. Hi, Creepy. Ich seh... Ich seh Eisen. Soll ich uns schon ne... Ich nehm mal das Wasser ein bisschen ab, ne? Ich hab hier drei... Oh, oh, jetzt hab ich Zombies. Muss aufpassen hier. Ich will nicht jetzt schon sterben. In der ersten Folge, das wär ein bisschen mies. Ich bin hinter dir in gleich. Ah, ah, ah. Das ist wirklich gestört. Nein, Creepy. Nein, ich hab ihn gefunden. Nein, geh weg hier. Ja. Das ist nochmal Eisen. Ich... Ey, ey, ich kann mal... Ich mach mir nochmal ein paar Fackeln. Hinter dir. Hinter mir. Was ist hinter mir? Ah, Henrik. Das ist irgendwas. Böses. Ich hab doch gesagt, ich bin hinter dir. Nee, du hast gesagt, hinter dir. Da ist ein Spinner. Ich hab Eisen. Das hast du nicht gesehen. Ich hab auch Eisen. Wie brauchst du schon? Oh, da ist ein Skelett. Oh, wo bist du? Oben. Ganz ab... Äh, hier. Mach mal hier ne Fackel bitte. Hä, ich glaub... Da hinten ist nochmal ne Höhle. Da ist aber ein Skelett. Ja, da ist ein Skelett. Ich hab das grad abgeklemmt. Hier, irgendwo hier. Da geht's auch hoch? Hier. Nimm die Pilze mit. Ah, du hast es gefunden, ne? Nein, das hab ich ja eben zugebaut. Achso, das hab ich nicht gewusst. Hättest du mir auch sagen können. Hab ich doch mehrfach. Das will ich können. Sure, 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 sure. Aber ihr müsst bedenken, am Anfang sind noch nie so viele Monster da. Das ist nämlich der Hardcore-Modus. Es werden immer mehr und immer stärker. Das ist das Problem. Hast du nochmal ein paar Fackeln? Äh, ich hab 13, ja. Hier, fang. Ich nehm noch ein bisschen Kohle mit, dass wir noch ein bisschen was haben dann. Wir gehen einfach in der ersten Folge schon mega fett auf Erkundungstour. Das ist schon cool. Ich hab noch mehr Eisen. Ah, ich hab nicht... Ach, du hast zu essen dabei? Ah ja, drei, drei Essen. Ich bräuchte vielleicht das erste Mal eins. Ich hab drei Eisen, hier. Genau so hab ich Blumenta damals abgesch... Ne, Blumenta war es nicht. Aber mein Teamkollegen abgeschafft. Er hat so abgebaut, der springt einfach runter. Ja. Läuft bei ihm. So, jetzt bin ich wieder voll. Jetzt nochmal Kohle. Jojo. Geh schon mal wieder hoch, ne? Also... Kannst du machen, ja? Ich geh hier noch ein bisschen farben, weil Kohle und so ist immer richtig. Hast du die Zeit im Auge? Die Zeit im Auge, wir haben es jetzt eigentlich gleich nicht. Wie lange ist das Auge? Kommt drauf an, wie lange das du aufnehmen willst. Weiß nicht. Ja, auch mal noch. Viertelstunde? Ja, dann haben wir jetzt circa eine Viertelstunde, würde ich sagen. Ja? Ich geh... Wir gehen schnell noch circa hoch und... Äh, circa, geh mal hoch, okay? Das sind Creeper, Achtung. Okay. Tschüss! Okay, jetzt muss ich wieder hochkommen. So, komm. Gehen wir jetzt noch schnell weg. Ja, wir gehen schnell zurück in unsere Base, dass wir sicher sind. Jetzt hoffentlich finden wir wieder zurück, Henrik. Ja, ich find schon. Henrik findet immer zurück. Hier bin ich runtergesprungen. Oh, ja, ja. Da bin ich auch runtergesprungen. Da sind auch unsere Fackeln. Da sind noch mehr Fackeln. Und da geht's hoch. Oder? Hä? Ja. Ja, hier ist das Wasser und hier geht's hoch. Ah, hier geht's hoch, genau. So, Leute. Dann war's jetzt mit der ersten Folge Minecraft Hardcore mit dem Henrik. Schaut auf meinem Henrik vorbei. Link unten in der Videobeschreibung. Und ja, ich hoffe, ihr schaut euch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, eine weitere Folge Minecraft Hardcore mit dem Henrik. Ja. Kommt mit mir, dem Trizis. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Rennengeschirr. Ciao, Leute. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.